Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Schuhgurken-Postpart-Folge. Yeah, ja, wieder reichlich geschrieben. Alter, im wahrsten Sinne. Insofern fangen wir einfach mal an und wissen wie immer nicht, was uns erwartet, ne? Und sind natürlich gleichermaßen gespannt. Wir gucken auch noch mal kurz meine Tasche vorher an, wenn ich hier Voltload lese und schauen mal, was passiert. Ja, Digi, hier bekommst du meinen Müll, da ich die eh nie verwenden werde. Ja, äh, dankeschön für diese Schließkassetten. Die sind echt mit Nazjata, mit 8.2, so exorbitant gedroppt. Irgendwie jeder Mob hatte so 10 bis 30 Schließkassetten einfach im Anus, ja. Das war ja Wahnsinn und ich habe auch nur bisher Müll rausgezogen. Ja, irgendwie irgendwelche Greens und ab und zu mal 40 Gold, ja. Beste Leben mit meinem Schuhgurken, mich hingestellt, den ganzen Tag einfach 24 Stunden durchgehen, Kassetten geknackt von allen Schaas, ne? Und es war nie irgendwas Geiles drin, irgendein random BOE-Epic-Titan-Forge-Gelöt, nein. Bisher nur Müll. Ja, da erhöhen die die Drop-Chance und die Drop-Chance in dem Ding ist Müll. Das ist mega traurig, Mann. Voltload, ja, Geister, äh, Digga, ist aber echt noch viel wert, ne? Das benutzt man ja auch für die ganzen Mounts und so. M.O.P. Saft, ja, Digi, danke schön für diese schönen Sachen. Kromda, ich danke dir vielmals für die Tasche, mach das Ganze am Anfang etwas leichter und möge der Saft mit dir sein. Liebe Grüße, Kromda, ja, mit der Tasche, letztes Mal, wir erinnern uns. Schöne Sache, kam alles an. Voltload, Verschwörung der Kröten. Wir schreiben den 05.08.2019 und den 06.08.2019 gleichzeitig, gucke, crazy. Ein Streamer namens Craft, hier unter HerrCraft oder Herr12354 genannt, hat über Internetprobleme geklagt, auch was dahinter steckte, war noch schlimm. Es kann nur, es kann wirklich nur ganz, ganz schlimm werden. Also wirklich, weil Voidlord ist momentan auch am Arbeiten, ist ja Kochausbildung, der gute Mande und bereitet sich auf Prüfungen vor, ist seltener da. Das heißt, der ganze geistige Matsch, den wir sonst in den Streams haben, der ist jetzt hier vermutlich in diesem Brief. Ah man, Digi, Daumen sind gedrückt, ne, für Prüfungen und Co. Gehen wir zurück in seine Kindheit, also er voller Freude im Garten mit seinem Haus hier spielte, für einen Moment nicht aufgepasst hat, ist ihm seine Schildkröte Davron gerannt. Danach hat sie sich geschworen, sich zu rächen, rasierte sich, hat sich eine neue Frisur gemacht und nannte, es gibt so viele Möglichkeiten, was jetzt kommen könnte, vor allem, wenn er so viele 69er mitschickt und nannte sich Kräsch, ah, okay, und sorgte so für Internetausfälle nach Jahren des einsamen Lebens im Wald, doch wir von Azeroth aktuell haben die Verschwörung enttan. Das war für Sie Peter Panski, und vergessen Sie nie, die Schildkröte ist davon gerannt, kleiner als 3 Katzenjagd, 100% real, ja. Und Lord, Dankeschön, das ging sogar noch, ne, ich hab jetzt Schlimmeres erwartet, liebe Leute, einwandfrei, vielen Dank für diese tolle Geschichte, und ja, damals ist mir, also war nicht meiner, aber so älter, ne, Großwärter, so im Garten und Serrarium und hin und her, die Gemeinschaftsschildkröte, ne, die ist halt weggerannt, die haben wir immer hinten im Garten ausgesetzt und irgendwann ist sie durch den Zaun abgehauen in Wald. Und jetzt gibt's da bestimmt Waldschildkröten, neue Unterart, ne, Art in Vielfalt, sie lebt, haben wir letztens mit Tenendo, ja, gelernt im Kuldirana-Part. Dankeschön, Voltlord, für diese schönen Sachen. Der dritte Tod. Emotionaler Brief, a Brief, a Crav, Teil 1. Boy, Crav, Alter, mit Caps, die, einer der letzten Postparts hatte mich dazu gebracht, hier auch mal einen Brief zu schreiben. Schon seit Jahren verlief mein Leben nicht so astrein, allein in den letzten 10 Jahren habe ich so gut wie alle Familienmitglieder entweder durch den Tod verloren, auch mich hatte dieses Entweder durch den Tod verloren oder so entfremdet vermutlich, ne. Auch mich hatte dieses Schicksal schon zweimal heimgesucht. Das erste Mal bin ich mit Nierenversagen ins Krankenhaus gekommen und musste ums Überleben kämpfen. Nur wenige Jahre später musste ich das zweite Mal wiederbelebt werden. Digi, deswegen der dritte Tod. Wow. Wow. Ich schreibe dir übrigens alles in Caps, damit du den Brief eventuell besser lesen kannst. Oh, das ist ja lieb, oder? Gucke. Ich hatte mich, müsst ihr euch geben, was das für ein guter Mann ist? Ja, das schreibt er hier von seinem Überlebenskampf und seinem schweren Leben, sorgt aber dafür, dass ich trotzdem den Brief lesen kann, macht sich also, obwohl er so viel Scheiße um sich rum hat, noch den Kopf um andere. Wow. Wow, Alter, wow. Ich konnte nicht mal wow reden. Wow, ne, ich bin ein Hund, Alter. Er hatte mich aufgrund von starken Depressionen versucht umzubringen, welches Unterfangen jedoch zum Glück schief ging. Seit zwei Jahren bin ich nun schon meine Depression los, super. Und auch mit meinem eigenen Schicksal kann ich mittlerweile leben und zurechtkommen. Ich habe das Leben und die Freuden des Lebens wieder lernen müssen, glaube ich gerne. Egal wie bescheuert das klingt, aber auch deine täglichen Videos, das klingt gar nicht so bescheuert. Also das schreiben natürlich viele von euch. Das klingt immer gar nicht so bescheuert. Ich finde, das ist total nachvollziehbar. Also ich will mir das gar nicht vorstellen, was man für Kraft aufbringen muss, teilweise aufzustehen oder überhaupt am Abend einschlafen zu können. Ich will gar nicht wissen, was da für Gedanken und so weiter kreisen und was für Gespenster einen quasi heimsuchen. Ja, und was für, weiß ich nicht, tagtreu man sich stellen muss. Also das ist Wahnsinn. Ja, und das ist auf keinen Fall irgendwie komisch oder gar bescheuert. Auf keinen Fall. So wie das klingt, aber auch deine täglichen Videos. Deine, erst mal wieder Kupferfarben. Faden verloren. No! No, die Briefe, Freunde, ist alles zu teuer, ne? Ich glaube, ich bin da stehen geblieben, wo ich Geisteskranken, äh, achso, wo ich ihr sagen wollte, dass es eine täglichen völlig Geisteskranken Berufsschule triggert. Ja, Videos, welche mir immer ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnten. Dafür möchte ich mich einmal bedanken. Bedanken für all die Jahre geiler Unterhaltung, Lachen und vieles mehr. Das freut mich sehr. Das freut mich wirklich sehr. Deine Streams besuche ich immer wieder gerne. Es sei denn, ich arbeite. Sad noise. Es ist eine miese Arbeit, oder? Fuck er, ey. Bleib bitte möglich, so wie du bist. Das werde ich auf jeden Fall versuchen. Mein Leben hat sich seit den zwei Jahren wirklich super entwickelt und auch neue tolle Freunde konnte ich zum Beispiel über meine Arbeit kennenlernen. Super. Ich spiele zwar nicht auf Ereda, Blackhand, oder habe krasse Geschenke an dich. Gottes Willen, das erwarte ich auch nach wie vor. Absolut nicht. Krasse Geschenke an dich, wie ein Spektraltiger. Ja gut, ich würde ja auch nicht Nein sagen, so ist nicht. Aber wenn ich mir dennoch etwas wünschen dürfte, dann, dass du ein Pet nach meiner besten Freundin benennst. Sie ist riesiger Panda-Fan und mich würde es freuen, wenn du ein Panda-Pet oder ein Schmetterling Vanessa nennen würdest. Ja. Und denkt dran, sollte es euch mal schlecht gehen oder ihr euch nicht so wohl fühlen, wendet euch an eure Freunde, Familie oder andere, wie zum Beispiel der Deutschen Depressionshilfe. Und handelt, bevor es zu spät ist. Ja. Ich hatte noch mal Glück, dass ich ganz gut davon gekommen bin, aber sollte ich ein drittes Mal sterben, so soll es im sehr hohen Alter ein natürlicher Tod sein. Sehr schön. Das wünsche ich auch. Das wünsche ich jedem, dass er so irgendwie die Welt verlassen kann, wohin auch immer, ja, wie er sich das letztendlich selber wünscht. Damit dein Part, das klingt auch, das klingt ja auch so ein Ding, das klingt ja auch bescheuert, in Gottes Sinn. Damit dein Part nicht zu traurig an dieser Stelle wird. Ein super lautes und krankes Huhn an alle Zuschauer. Aber der dritte Tod, vielen, vielen Dank für deinen Brief und auch deine Geschichte. So ein bisschen manchmal Domian-Flair auch bei uns in den Postparts, mittlerweile bei euren ganzen Geschichten. Aber ich danke nach wie vor auch für das Teilen eben jener, der dritte Tod. Vielen, vielen Dank für deine Story, für deine Schicksalsschläge. Ja, ich finde es auch immer ganz toll, in den Kommentaren dann da zu lesen. Und wie du sagst, man kann sich Hilfe holen. Ja, es gibt ja, und das ist ja mittlerweile auch das Tolle am Internet, wobei ich nicht weiß, ob man sich da in diversen Foren richtig aufgehoben fühlt. Aber es gibt eben viele Leute, die diverse Schicksale, Krankheitsbilder und so weiter teilen. Und vielleicht auch die, es müssen oft nicht mal Freunde oder Familie sein. Ja, das ist ja auch so. Das haben auch schon einige geschrieben. Dass es einfach hilft, sich auszutauschen. Ja, und das ist ja auch immer so ein Problem, was ich immer gesagt habe mit diesen ganzen, ja, es ist ja fast schick, wenn man sich umguckt, heutzutage einen Psychologen einfach zu haben. Weil keiner mehr Bock und Zeit hat, sich irgendwie dem anderen anzunehmen, dem zuzuhören und so weiter. Wenn was Tolles passiert, teilen wir es über Instagram und ansonsten fuck geht. Also das ist, es ist alles krank und wir müssen das Beste draus machen. Ja, und allein mit dem Brief und wie du formulierst, der dritte Tod, kann ich wieder nur sagen, genauso wie du bist und wie du das siehst, ist das alles genau richtig. Ja, und ich glaube, es war der gute Dr. Eckart von Hirschhausen, ein Mann, dem ich auch sehr, sehr gerne zuhöre. Der auch sagte, bleib bloß so, wie du bist und sei nicht immer wie die anderen, weil andere gibt es schon genug. Ja, und das finde ich absolut richtig und wichtig und denke auch, du wirst deinen Weg jetzt weiterhin gehen und das freut mich unglaublich. Ja, und das könnt ihr glauben oder nicht, aber es freut mich unglaublich und sogar mehr als ein Spektraltiger, ja, wenn ich solche Geschichten höre und ich sogar da ein bisschen was zu beitragen kann. In diesem Sinne, alles Gute und wir schauen mal, ob wir noch einen Panda finden können, weil Pandas sind ja echt sehr, sehr selten. Letztens war der gute Mr. Morgame gefragt, wo man diese Pandas herbekommen, dann habe ich echt geschaut, ja, wo wir den finden. Und das war ein Haufen MOP-Dailies und Elite-Kampfhaus hier, Trainer, und dann musst du so eine Daily machen, wo du alle Elite-Tiere besiegst. Dann kann da ein Panda in diesem Beutel sein, also erstmal ewig freischalten und so weiter. Also es ist wirklich krank. Ich glaube, Pandas... Oh, was ist das denn, Allah? Warum habe ich die eigentlich nicht? Ist ja mega cute. Ja, gucke, die habe ich nämlich auch noch nicht hier, die Verbrecher, ne? Die fehlen mir auch. Weil ich habe irgendwie einen, einen habe ich mir erfarmt, einen habe ich damals geschenkt bekommen, als ich von Ambossar weggegangen bin. Träne wegwisch, Allah, von unserer Gilden-Mutti, so sad. Und einen habe ich noch Sharoon dann gefarmt und geschenkt, ne? Deswegen habe ich keinen Panda. Aber wir haben bestimmt einen Schmetterling. Wir gucken mal. Wir gucken mal, wir haben bestimmt... Es gibt nur einen Schmetterling. Küstenschmetterling mit ihren... Große Sauerei. Das gibt's ja wohl nicht. Was soll das denn? Hör mal. Da habe ich nicht mal den Schmetterling. Pass auf. Weißt du, was wir machen? Weißt du, was wir machen? Wir haben die komplette Kombination. Ich habe nämlich eben Folgendes gesehen. Pass auf, wir haben nämlich einen Drachling. Naja, der hat jetzt keine Flügel. Fuck. Ich wollte jetzt schön die Kombination. Pass auf, wir haben folgendes. Ich hole mir diesen Schmetterling, Ding. Ich hole mir diesen Schmetterling. Ja, für Vanessa. Pass auf, ich schreibe mir das jetzt auf. Schreibe mir das jetzt auf, wir Schmetterlingen. So, damit wir das auch richtig hinbekommen. Warum habe ich die... Aber hä? Gibt's keine... Ja gut, es sind immer Motten. Wir holen den Schmetterling, Alter. Wir holen... Für die Gang holen wir diesen Schmetterling. Safe call, Boys. Suck... Suck you, Boss, Alter. Huhn. Sehr geehrter Herr Huhn. Huhn. Ja. Danke für diesen Brief. Es ist höchst interessant mittlerweile, wie die Briefthematiken doch auseinander gehen. Ich finde, das ist gerade wieder ein sehr, sehr krasses Beispiel. Ach man, wir haben den Todtroll. Hey Crap. Erstmal vielen Dank für deine harte Arbeit in deinem Videos, EDC. Freut mich. Dankeschön. Ich habe dein Part 103 zum Anlass genommen, selbst mal was von mir zu geben. Wird wohl etwas viel, aber ich verspreche dir, es wird spannend bleiben. Das ist schön. Ich hatte von Anfang an kein leichtes Leben. Mein Vater, eigentlich Stiefvater, aber er zog mich groß, sei für mich Papa, richtig so, folterte mich psychisch wie physisch. Zusammengeschlagen bis zum Bluten. Alter. Oder brach mich geistig, dass ich ihn anlächelte, als er mich schlug. Alter. Boah, okay. Well, in so einem Moment wünsche ich mir, dass es nicht spannend bleibt. Weißt du, wie ich meine? Digger. Das ging, bis ich acht war und meine Mutter durch Zufall realisierte, oh shit, mein Mann vergeht es ja an unserem Sohn. Okay, ja, nee, ich sage erstmal nichts. Meine Eltern trennten sich und so dachte ich, wird alles besser. Meine jüngere Schwester fasste er zum Glück nie an und ließ alles nur an mir aus. Aber merkt ihr, merkt ihr auch den Ton in diesen Briefen? So. Da wird er misshandelt und kümmert sich in Gedanken, selbst rückblickend um seine Schwester. Wow. Den besten Menschen passieren die schlimmsten Sachen, Alter. Wahnsinn. Ah, Leute. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, weil ich nicht sein leibliches Kind war. Timeskip. Im folgenden nur TS. Ja, achso, Timeskip, genau. Einige Jahre später zog ich mit meiner Mutter, meiner jüngeren Schwester und meinem Stiefvater Wett nach Berlin. Es war die erste große Stadt in meinem Leben. Ich lernte aber schnell, wie hart die Welt ist und dass sich das Bluterbe meiner Verwandten auch durch mich floss. Meine Großmutter war psychisch schwer krank und tat das, was am Ende von Depressionen kam. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Leider ja. So waren meine Mutter samt Tanten auch krank. Natürlich ist man nicht von der Genetik her krank, sondern hat nur die Anlagen, doch es äußerte sich bei meiner mütterlichen Seite immer stark. So kam mit zwölf raus, dass ich unter schweren Depressionen litt und war bereits in dem Alter suizidal. War nicht erfolgreich, wie du hier liest. XD. Ja, dickes XD, Diggi. Kleiner Geigen-Joke am Rande. Man muss drüber lachen können. Boah, stark. Stark, ja. Als könnte das nicht reichen, also immer kommt auch auf die Situation an. Ja, als könnte das nicht reichen, wurde meine Mutter schwanger mit einem neuen Kind und ich fühlte mich ohnehin schon ignoriert von ihr und meinem Umfeld. Meine Verwandten merkten nicht, dass ich Schwänze, Klaute oder sonst was. Als dann die Schwangerschaft kam, zerbrach meine ohnehin schon instabile Welt komplett. Ich schottete mich ab und wollte einfach nur schnell erwachsen werden. Eines Tages lernte ich online einen Jungen kennen, der genau wie ich ein großer Pokémon-Fan war. Sein Spitzname war Gold, weil er die zweite Gen so toll fand und er nannte mich Red. Gold und ich waren klassische Jungs, wir haben uns jeden Tag gebieft und übertreffen wollen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ist jetzt bei Sovain ein schönes Beispiel für das, was ich eben meinte, ne? Wo das Internet auch wirklich helfen kann, wenn man Glück hat. Ja, nicht mal, wenn man lang genug so, wenn man Glück hat. Das gab mir auch einen Sinn in meinem Leben, weil ich jeden Tag aufs Neue Gold beweisen wollte, dass ich besser als er bin. Und sowas hilft. Ja, und so heißt es nur für die Stabilität im Alltag. Mit der Zeit wurden wir mehr. Ach, gucke, Timeskip. Nach einigen Jahren hatten wir unsere Truppe mit neun Mitgliedern. Anfangs waren wir nur Waisen oder Kinder, deren Eltern einfach nichts auf sie gaben. Sie wurden meine Familie. Ich wurde geliebt und umsorgt, mir wurde beigebracht, was richtig und falsch war. Meine großen Schwestern sorgten sich sehr um mich und waren für mich wie meine Mütter. Das Saarland. Sie gaben mir die Geborgenheit, die mir leibliche Mutter nie geben konnte oder wollte. Meine Jürgen Geschwister sowie Gold versuchte ich möglichst zu beschützen, aber sie wurden älter. Sie gingen ihrer Wege und ehe ich mich versah, reichte mir meine kleine Schwester Green, auch von Pokémon inspiriert, bis zur Brust. Sie gaben mir alle viel Liebe, aber wahrscheinlich normal viel, wenn man aus einem normalen Haus kam. So kam es zum Beispiel zu meiner schönsten Erinnerung, so kam es zum Beispiel zu einer, ah, meiner schönsten Erinnerung meines Lebens. Okay. Ich war zu Besuch bei Green. Beim Frühstück sagte ihre Mutter, möchtest du deinem Gast nicht zeigen, wo das Besteck ist? Wann ich vor einem leeren Tisch saß, antwortete sie nur kurzerhand, er ist mein Bruder, er kann sich den Scheiß selbst holen. Für die meisten wird das jetzt nach nichts Besonderem klingen, aber für mich war es alles. Ich spürte eine Wärme in mir, die ich selten hatte und wenn doch dann nur wegen meiner Familie. Das ist so tief traurig, Alter, und auch so schön. Das ist ein, ah, wow. Ich wurde letztens im Stream gefragt, bei welchen Themen oder Storys, das kam vermutlich von jemandem, der die letzten 10 Postparts nicht gesehen hat, ich auch nichts mehr zu sagen habe oder zu kommentieren. Gutes Beispiel. Gutes Beispiel. Sie waren sogar okay damit, als ich meine Diagnose bekam für MPS, Multiple Persönlichkeitsstörungen, und ließen mich an sie ran, obwohl ich ihnen nicht zu nahe kommen wollte. MPS kann gefährlich enden und meine Familie zu verletzen, hätte ich mir nie verziehen. Absolut. Timeskip. So vergingen die Jahre und jeder macht sein Ding. Doch wir waren immer ein Team. Ich hang an meinen Geschwistern, vielleicht mehr, als gut für mich war, aber sie waren eben alles, was ich noch in meinem Leben hatte. Und da ist es, glaube ich, nie falsch, dann daran festzuhalten. Es gibt jetzt natürlich individuelle Ausnahmen, ja, es gibt auch Sachen, an denen man festhält, die eigentlich schlecht für einen sind, aber in diesem expliziten Fall, mit dieser Vorgeschichte, gibt es da, glaube ich, nichts dran zu rütteln. Totroll. Nummer 10. Wie du vielleicht gemerkt hast, schreibe ich all das, was meine Familie betrifft in der Vergangenheit. Wieso, sage ich dir jetzt. Kurz nach Weihnachten vor drei Jahren setzte ich einen Schlussstrich zwischen meiner Familie und mir. Ich wollte erwachsen werden und auf eigenen Beinen stehen können. Ich sah nur den einen Weg und der war weg. Ich brach den Kontakt ab und traf keinen mehr. Ich merkte aber schnell, dass ich so nicht leben konnte. Ja, das ist natürlich eine immense Umstellung, ja, so wie du das jetzt hier auch literarisch ergießend aufgebaut hast. Die hatten mir alles gegeben, was ich hatte und ich verschwand ohne ein Wort. Ein halbes Jahr später wollte ich zurück nach Hause, doch da merkte ich, meine Familie war tot. Meine Geschwister gab es nicht mehr. Ich wurde mit Hass und Ignoranz behandelt, wo Wärme und Liebe in den Augen waren, blickte nur noch Desinteresse wie für einen Fremden mich an. Ich realisierte also, es gab kein Zuhause mehr für mich. Niemand, zu dem ich zurückkehren konnte oder ein Ort, wo jemand auf mich wartete. Erst dachte ich, du hast jetzt die Wahrheit gesehen, jetzt kannst du weitermachen, aber ich irrte mich. Ich zerbrach daran. Die Frauen, die mich großgezogen, würdigten mich keines Blickes und die Kinder, die mit mir zu Mitgliedern der Gesellschaft wuchsen, gingen mir aus dem Weg. Ich dachte, mein Leben würde so weitergehen müssen, bis ich eines Tages etwas von meiner Schwägerin hörte, die Partnerin meines großen Bruders. Sie meinte, mein Bruder vermisse mich und all sowas. Ich hatte Angst, sie wusste nicht, was mit meiner Familie passierte, aber sie wusste, ich verschwann. Es dauerte, aber ich meldete mich bei meinem Bruder und wurde überrascht. Er empfing mich mit offenen Armen und Verständnis. Timeskip. Vor einiger Zeit besuchte ich meinen großen Bruder und meine Schwägerin. Ich hatte meinen Bruder davor drei Jahre, seit es passiert ist, nicht gesehen, weil ich Angst vor seiner Zurückweisung hatte. Ich erzählte ihm von meinen Schuldgefühlen, dass sich unsere Familie zerriss, denn nachdem ich verschwand, ging alles den Bach runter. Ich war fertig und konnte all den Schmerz rauslassen, den ich über die Jahre in mir sammelte. Ja, den konntest du rauslassen. Genau. Mein Bruder drückte mich nur fest und sagte, es ist okay. Abschließend kann ich nur sagen, seid dankbar für eure Familie, egal ob durch Blut oder nicht. Genetik ist das, was euch am wenigsten verbindet. War wahrscheinlich ein Haufen an Text und sorry, wenn es mittendrin öde wurde. Wohr, das ist definitiv nicht. Ich habe versucht, mich auf die wichtigsten Dinge zu fokussieren. Mal bitte weiter mit den Lore-Videos sowie Streams. Sie bereiten mir viel Freude in harten Zeiten. Mir geht es inzwischen einigermaßen gut, das freut mich. Ich vermisse meine Familie jeden Tag, aber ich habe noch meinen großen Bruder, der mich lieb hat. Ich weiß, eines Tages werde ich eine Familie haben. Also seid nicht traurig, sondern freut euch für mich. Wow. Wow. Das war schön. Das ist klingt... Ich habe vorhin gesagt, schreibt es nicht. Jetzt sei es selber ständig. Es klingt bescheuert, Freunde. Aber das ist doch schön. Wow. Was für starke, starke Persönlichkeiten sich durch diese Geschichten entwickelt haben. Ist das krass. Ist das krass. Und ich wusste nicht, wo es hingeht mit dieser Story. Ich wusste es nicht. Wirklich. Es war ja kleiner Schlag, kleiner Schlag, Riesenschlag und dann immer so weiter. Und jetzt am Ende und dann sitze ich hier mit dem Grinsen. Wow. Wow. Turtroll. Vielen Dank für deine Geschichte. Vielen, vielen Dank für das Schreiben dieser schönen Brief. Wir wissen, dass es manchmal auch nicht so einfach vor allem den Faden in den Kontext immer zu behalten. Und wenn man hier nicht auf dem Server ist, auch erst mal das Gold zu farmen, ist klar. Dementsprechend. Vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Ich wünsche auch dir für die Zukunft nur das Beste, dass du deine Familie finden würdest, möchtest, tutentäen, in welcher Form auch immer das sein mag, so dass du glücklich bist mit dir und allem um dich rum. Das ist eine sehr, sehr tolle Sache, die ich dir auf jeden Fall aus vollstem Herzen wünschen tue. Und vielen, vielen Dank fürs Teilen dieser schönen Story. Gut, ich bin mittlerweile auch immer so durch den Wind, dass ich jetzt gar nicht weiß, nee, wir wollten ja den Schmetterling holen, aber todtroll haben wir bestimmt noch irgendeinen schönen Geist oder so, oder? Guck mal, haben wir einen Geist? Ich meine, einen Troll habe ich bestimmt nicht, aber eine Geisterkrabbe. Eine Geisterkrabbe, die einfach festhält an dem, was sie erlebt hat, aber trotzdem in der Lage ist, loszulassen und nach vorn zu blicken. Ist das nicht toll? Eine Klaue zum Festhalten, eine um nach vorn zu greifen. Freunde, die metaphorische Krabbe. Großartig. Wunderschöne Geschichte, Allah. Wunderschöne Geschichte zum Ende hin, ja, um Gottes Willen. Also, ganz schlimm. Ja, und aus den schlimmsten Sachen können die stärksten Persönlichkeiten, die besten Menschen und auch die schönsten Sachen des Lebens letztendlich erwachsen, wenn man sich denen nicht völlig hingibt, ja. Ah, Wahnsinn, Freunde. Wahnsinn, vielen, vielen Dank, auch für diese schöne Story. Great. Ist das krank, dieser Wechsel, Mann. Es ist schon auch ein bisschen stellenweil wie Dobian und so Postparts, nur dass ich keinen habe, der vorne die Trolle quasi ausbildet hat. Was sagt ein Bauer nach der Ernte? Ernte gut, alles gut, oder? Ehre genommen, ja. Okay. Danke auch für deine Schließkassetten, Allah. Dankeschön. Komme ich nicht drauf klar. Wir haben noch Zeit, Allah. Lieber Kraft, ja, ich wollte mich auch mal bei dir bedanken. Seit letztem Jahr verfolge ich deine Videos und Streams, auch schön, wie unterschiedlich lang viele dabei sind und so komisch es klingt, hast du mir mit deinen Streams durch eine Schwanger, durch deine Schwangerschaft geholfen. Aha. Wegen vorzeitiger Wehen, aua, durfte ich die letzte Schwangerschaftswoche nicht mehr aufstehen, also gab es 24,7 deine Videos und Streams. Das hat mir sehr geholfen. Wie geil. Mein Mann sagte, dass unser Sohn wohl denken muss, dass du sein Papa bist, wenn er die ganze Zeit deine Stimme hört. Das wäre auch creepy, ne? So irgendwie dann Gamescom-Treffen oder so, das Kind dann so, Papa, what? Ach, wie schön. Wie schön. Also die Gesamtsstory, ja, nicht dieses Szenario jetzt im Speziellen. Jetzt ist der Kleine da, das freut mich. Hoffentlich kerngesund, alles dran, ja. Und wenn ich möchte, dass er schläft, brauche ich nur Craft anmachen. Craft, Lover und Baby schläft. Oh, ist das schön. Das ist schön. Danke für die gute Unterhaltung in dieser anstrengenden Zeit. Ja, das möchte ich mir auch nicht vorstellen. Ja, das ist bestimmt fast so schlimm wie Männerschnupf. Die und der Army. Noch viel Spaß und Erfolg in der WoW. PS, wenn der Kleine älter ist, kann ich auch endlich wieder aktiver zocken, solange helfen deine Streams. Ja, und dann kommt er natürlich mit, ne, zum Kräuterfahren und zum Angeln und Tee morgen. Na, sicher. Wie letztens die schöne Story mit der Mutti. Ja, was war denn andersrum? Da nimmt die Mutti dann das Kind an die Hand beim Grab My Run. Na, aber einwandfrei. Vielen, vielen Dank für diese sehr, sehr schöne Geschichte. Ach, Mensch, das ist schön. Das freut mich. Das freut mich, das freut mich. Jetzt haben wir denn noch was Schönes hier. Lass mal gucken. Lass mal so, ich hab Geist ja auch noch an. So, gucke mal. Wir gucken mal. Wir haben, äh, gucke, ein Kalb. So, was Neues. Ja, ein Kalb ist was Frisches. Ja, so beschreibt man Kinder, oder? Was sind Kinder für sie? Was Frisches, Alter. Einmal noch ein. Sehr schön. Ach, das ist ja toll. Das ist ja toll. Großartig. Wir haben Kromdal. Kromdal, danke, dass du da bist. Ja, danke, dass du schreibst. Hallo, lieber Craft. Ich wollte mich für die Tasche bedanken und verstehe natürlich, dass es eine Ausnahme war. Das freut mich. Da das Farm gut läuft, revanchiere ich mich natürlich mit etwas Gold. Musste aber nicht. Aber nur zum eigentlichen Thema. Lob. Bist du ja gewohnt, und das zu Recht. Lull. Ich finde es wunderbar, wie das Menschliche der Community in deinen Videos zur Geltung kommt. Menschen erzählen von ihren Schicksalsschlägen und wie sie es schaffen, damit umzugehen. Du gibst ihnen Craft, danke. Und ich weiß, dass die Zuhörer auch mit Herzen dabei sind. Und das macht deine Plattform zu etwas Besonderem. Und das freut mich, wenn das auch so rüberkommt. Es geht in deinen Videos immer um WoW, aber eben auch um die Menschen, die darin spielen. Und genau das möchte ich vermitteln. Das freut mich, wenn das auch tatsächlich so repräsentiert wird. Mach bitte weiter so und höre den Menschen zu. Sie und ich danken dir aus tiefstem Herzen dafür. Gruß. Krombal. Dankeschön. Krombal, das freut mich sehr. Das freut mich sehr, wenn das quasi so rüberkommt, weil darum ging es am Anfang. Darum ging es in der Mitte und darum geht es auch weiterhin. Ja, denke ich zumindest. Hoffe ich zumindest. Oh, ein Baumwollschwänzchen. Ja, ein Häschen, Alter. Ein Häschen für Krombal. Warte, da kommt noch einer. Ja, warte, habt ihr jetzt Kloa quasi jetzt gleichzeitig geschrieben, während du noch nicht beim dritten warst? Ja, Wahnsinn. Warte mal, das ist ja Timing. Komm da. Wir haben ja noch einen. Digi, 250 Gold. Dankeschön. Auf Nacken. Also, für die Tasche wollte ich noch was weitergeben. Ja, liebe Grüße. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für deine lieben Worte, für dein Feedback so gesehen. Ja, wie so ein Bogen. Was spüren Sie? Spüren Sie es, Mr. Krabs und so weiter. Ja, bitte kreuzen Sie an. Menschlichkeit, Videogames, Sellout, ja, in dieser Reihenfolge. Oder variabel, je nachdem. Vielen, vielen Dank. Freut mich sehr. Kloa schreibt auch. Hallo. Ich wollte nur mal Hallo sagen, auch mal wieder ein Postpart auf der Auche. Grüße an alle, vor allem an meine Eltern, ohne die ich heute nicht hier wäre. Danke, Mama und Papa, dass ihr den Storch so lieb hattet. Das ist, ich weiß nicht, ist das noch Saarland oder ist das ganz gefährlich? Kloa. Dankeschön. Hulm. Hulm mit einer Kerze, Alter. Du nehmt Kerze. Gottes Willen. Sehr wahrscheinlich ohne Erlaubnis entwendet. Der schickt mir hier sein Diebesgut, die Mieseratte. Das muss ich aber zensieren hier im Nachhinein vermutlich, ne? Und Kraid auch noch. Hi, meine Oma ist beim FBI. Ja, und mein Vater ist die Schwester von Batista, Kraid, ne? Denkt mal bitte drüber nach. Meine Güte, Mitternachtslachs. Wenn ich den jetzt benutze, wollte ich sagen, porten wir uns nicht nach Kultiras zum nächsten Fischwamm. Ah. Liebe Leute. Wir schließen die Karte, den Brief, und das war wieder... Es ist immer unerwartet gewesen in den Postparts. Aber in letzter Zeit ist es wirklich immens und trotzdem auch schön. Und auch schön, weil es ja meistens auch Briefe sind, die im gewissen Rahmen Mut geben, ja? Die auch, wenn ich mir die Kommentare so ansehe, nicht nur mich, sondern auch andere berühren, berühren anderen sogar helfen, ja? Auf einer emotionalen Ebene oder wo auch immer. Ähm. Und ich finde es, wie gesagt, immer ganz wichtig, solche Geschichten zu teilen. Ihr wisst es auch von Facebook und so weiter. Wenn ich irgendwelche Spenden aufrufe und so weiter teile, schreibe ich auch immer, Leute, es geht auch immer gar nicht darum, da jetzt Hunderte von Euro zu geben, aber lest die Geschichte. Macht euch damit vertraut, ja? Lernt etwas von dem Mann oder der Frau, die da etwas schreibt. Sensibilisiert euch für diese Themen von Depressionen bis hin zu verschiedenen Arten der Rücken, Kopf, sonst was Schmerzen, ja? Ich finde, es ist immer ganz wichtig, auch über solche Schicksale aufzuklären. in jeglicher Hinsicht, weil, so bescheuert das klingt, ne? Man kann immer was daraus lernen. Für sich selber, ja? So aus Sicht des Zuhörers, aus Sicht des Teilenden, ja? Aus Sicht des Autors und auch ich für mich selber zum Beispiel, wo ich irgendwo dazwischen stehe, ne? Als Leser, Vermittler, Beantworter und so weiter. Ähm. Es ist natürlich trotzdem immer schwierig, ja? In jeder Hinsicht. Deswegen auch nochmal vielen, vielen Dank an euch, für euch, für euch, dass ihr da seid, ja? Und an euch für euren Mut und eure, ähm, naja, eure Zusammenhaltigkeit. Beste Leben. Für eure, ja, wie nennt man das denn, Alter? Fähigkeit, Wörter zu tippen, ne? Und das in einem Ausmaß und einem hintereinander Wegtempo zu tun, dass es eben diese schönen Geschichten letztendlich in schriftlicher Form auch zu formen gilt, ja? Und dass sie hier auch so ankommen. Vielen, vielen Dank dafür, liebe Leute. Nimmt mich auch immer mehr mit, als man es möglicherweise merkt. Ist einfach so. Freunde, in letzter Zeit hängt sich gern random am Ende mein Aufnahmeprogramm auf, vorhin schon bei der Lootbox. Ich krieg so nen Hals, ja? Ich bedanke mich, liebe Leute bei euch, fürs Zusehen, für eure tollen Geschichten und wir sehen uns im nächsten Part, wenn ihr denn möchtet. Stay strong, Boys, ihr wisst Bescheid. Haut rein, Shows! Tschüss! Tschüss!